Mal, ich hab noch ne dritte Aufnahme, wo wir die Mission machen halt. Kommen gleich drei hoch. Kommen gleich drei hoch. Boah. Also, ich hab noch nicht mehr. Ah. der Kurs das ist ja ausmachen das kann spielen die Sitzung Räume von mir, gucken. Ich denke, morgen geht es mit auch Michael auch wieder weiter. Morgen Abend mache ich dann vielleicht noch wieder. Die A auch. Ich mache schon zwei Sachen. Ich hoffe, der starb dann irgendwann mal. Und das geht jetzt in einigen Minuten los. Ich merke mich dann, wenn es weitergeht. Es geht los. Noch ein Ball getreten. Einer. Mal gucken, wie das so läuft jetzt. Nach der Mission mache ich dann noch aus. Weil es ja schon in London spät wird. Und ich ja morgen noch in der Schule muss. Ja. Hier, schön weiß. Ich hatte noch kurz Hosa. Ah, nur die Pistole. Gut. Ist mir auch recht. Sehen wir, wie wir zu denen kommen. Wo sind die denn? Seine Sache, er wollte nicht mitkommen. Scheiße. Ja, toll. Ist nicht so gut gelaufen mit reinfahren. Einfach mal. Gucken wir mal, was die so machen. Machen wir mal das dann. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir haben gewonnen, zum Glück. Aber ich bin mit mir. Ich bin jetzt schon früh gestorben. Es gab einen schönen Donut. Gucken wir mal. 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 Vielen Dank. Tschau, ne? Es war nicht gut gelaufen für uns, aber war nicht alles besser. Und dann, äh, tschau. Wir sehen uns morgen wieder. Tschau.